Musik 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 Kassadropa is an agro-processing, wholly-owned Ghanaian company. What we are doing currently is to process sweet potato into what we call the value-added bread and pastries. We have nine different products as of now, which we have commercialized and we are selling. We have what we call the sweet potato chips, which is the raw sweet potato that has been sliced and actually fried. Sweet potato chips, which is a baked processed sweet potato flour. The sweet potato bread. We have the sweet potato burger. We do the sweet potato pizza. We also do croissant, which is the French type of bread, but it's lighter than the normal bread. And then we have other pastries. We are able to do the sweet potato cupcakes. We are able to do the ring donut, the bofruit, and all other pastries, which you can use holy flour to do. The latest that we have introduced is what we call the sweet potato fries, which is equivalent to the famous French fries, as we know. We have been able to establish our farm. We have our dams. We have almost ten farms, which are all developed completely. We are producing and we are also processing. We are in the state of adding to the sales points in terms of restaurants. For example, the University of Cape Coast Center is a big center we are built. What we are trying to do is to try and get what we call affordable food for the student. We are also continuously setting up restaurants in each of the tertiary institutions. Well, that is where our business will end. Our main selling point is processing food without refined sugar. It's a game changer for the Ghanaian economy. Once we use the sweet potato as a substitute in any of the products that we are developing, we are creating an opportunity for a Ghanaian farmer, for a Ghanaian business person to grow into the production of sweet potato. We can also talk about health because in most of our products, the sweet potato dominates and it has vitamin A and G6 as well. In the future, we are looking to industrialize by doing our own sweet potato noodles, sweet potato baby food, sweet potato flour and others. We worked with about 359 farmers in 2020. We are hoping that by 2022-2025, we should be working with thousands of farmers rather than hundreds of farmers. There is a scheme Casa de Rupa have called the In-Grower scheme. We have our own farm, we prepare with our own machinery and allow these farmers to grow on it. We purchase the product and give them the income and we also employ them. Casa de Rupa is a 90% women employer. Of the 154 workforce, 90% are women and that's our focus. Ich bin ein Freund, der ich bei mir gewinnen bin, und sage mir, dass ich zu Hause verabschiede bin. Ich bin da. Ich weiß, was ich hier auch an Baden-Tel spoinne? Ich habe auch eine Familie gebetet. Ich bin Noam. Das ist einbstes Herz, und ich bin, wenn ich mich aufs THLAN was, meine Kinder beinhutte. Ich habe schon viel zu verabschieden. Ich habe meine Familie nicht gebetet. Ich bleibe die Kälte meine Familie. Wir haben die 1D-1F gemacht. Wir haben die 1D-1F gemacht. Wir haben die 1D-1F gemacht. Was wir sagen über die 1D-1F ist, wir unterstützen es. Es ist ein Attempt für Industrie-Gauner. Es ist ein Attempt für ein Job. Denn die 154 Arbeitskräfte sind meistens von dieser Gemeinde. Diese Menschen würden nicht hier sein, oder sie würden nicht die Möglichkeit haben, wenn Kasadropa nicht hier wäre. Kasadropa wäre dankbar für die Präsidenten von der Republik Gana, His Excellency Nana Dodanku Ekufado, für zwei reasons. One, er kam zu einem Farm, nicht ein Factory, und er war sehr glücklich, dass wir die Sweet Potatoen nutzen können. Wir erinnern, eine Woche nach dem Besuch, Kasadropa bekommen über 130,000 views von unserer Website. Und das allein war ein Game-Changer. Es ist die Präsidenten der Republik Gana und das macht Kasadropa eine weltweite Kompetenz. Fast forward to 2020, His Excellency, der Präsident, also kam hier in Person. Und er war auf Tour auf die Zentral Region. Auf dem Tag, der 21st August, er hat sich entschieden, und das ist eine große Empfehlung. Wir können immer sagen, zu diesem Mann sagen, für ihn zu glauben, zu glauben, zu glauben, zu glauben, zu glauben, und zu glauben, zu glauben, zu glauben, zu glauben, nicht nur für die Leute von Ghana, sondern für die Afrika. Denn eine Sache ist für sicher, die Technologie die wir hier machen ist, die erste in der Welt. Wir haben bereits Kassadropa USA, Kassadropa Canada, Kassadropa Europe, based in Amsterdam, und Kassadropa Madrid, based in Dubai. So, unser Ziel ist mit anderen Investoren und unsere Branden zu machen, dass wir eine Ghanian Firma machen, die Unterschiede in der Produktion und der Produktion und der Produktion und der Produktion. So, in Ghana, und mit Ghana.